DKI Grüß Die waschen wir sind auch noch weit Ja, mach das geht Schauen wir mal hier unten, was das hier geht Ich kann mal die Nebel in der Küche tappen Was, ich bin ja nicht warm Du wäsch'n warm, komm das habe ich noch nie gesehen Ah Boah, von jedem aus dem Tod 1000 mal gestand hier recht Soft-Cruise, und es geht ab da Zwei Leute waren zu Hause So ein Lappen oder? Der schützt übertrieben, Mann Ja, da fliegen 500 Granaten jetzt, ey Der schütten übertrieben, bei deren Lavi Das kann ich noch machen, jetzt holt er mich gleich wieder in der Mitte mit der Granate Jetzt wohne ich natürlich hier Na, ich warte jetzt kurz die Granaten Ok, jetzt komm jetzt auf dem Was der eine Lache? Wir kommen auf dem. Wem ist er jetzt? Sind sie nach rechts hier ran? Hinten in der Garage ist er Oh Gott, nehmen wir wohl auch da nie nach vorne Hinten, ganz hinten in der Garage ist er noch da Drüben bei ALK Guck schon Bin jetzt auf A, ne? Habt den einen bei A Dann Noch einer Ja lass warte, nicht hingehen Der muss ja irgendwann kommen Seht den doch nicht Läu ist da auf A, ne? Der ist selber ja Ich hab ihn angefreckt Läu ist da auf A, ne? Läu ist ja fein Läu ist immer der Camer Ich kann doch jetzt nicht gucken, ne? Hier rechts Da muss er aufpassen Da muss er aufpassen Ich hab mir ein P mit Auf den einen, der war zu weh Da ist nur einer gewesen Da waren wir auf der anderen Da waren wir auf der anderen Da waren wir auf der anderen Der links geholt In der Mitte War aber gut gekontert Ja, eigentlich schon Ey, wer hat denn ihm da nicht zugehört, Alter, Mann Ich sag's ihm noch, blaues Haus ist einer Ja, ich hab's gehört und dann war Sturz Boah Gotti, du musst da Gotti, du musst da Gotti, du musst da Gotti, du musst da Und da sagst du auch Haus Dann Nicht für ihn da helfen Ne, ne, das war bei mir Nicht für ihn 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 Fortschritte, ich hab nichts Kaffee Jetzt, stellt euch doch ein, dass wir beide waschen So, werd ich mit dir Ich halt schon mal eine Granate gleich Ich weiß schon Nur wenn der Rauch kommt Nur wenn der Rauch kommt Dann kommen wir Wo war's denn? Nein, ich geh hol' den Sturz Ich hab' den Sturz Ich hab' den Sturz Da ist das Sturz Da hinten Jetzt sind wirkt, Alter Ja, Alter, ist klar, Mann Kannst du noch über ihn schießen Ich hab' den Sturz Ich hab' den Sturz Ich hab' den Sturz Ich hab' den Sturz Ey, man merkt schon Kurz mit dem Sturz Kommt immer mehr rein Wie meint das? Na, er wird immer besser Da ist ne Mittelmann Da ist ne Mittelmann Da ist ne Mittel Da ist ne Mittelmann Wo kann der jetzt kommen? Er macht die Runde Ne, da ist ne Mittelmann Reifen, rechts! Ach, der ist geschluckt, sonst würden sie sich grad nicht machen. Geil, ich nehme 20. Das ist nichts mehr. Ach so, dann gehts ja. Ich hab ein Problem, die holen schon mal vom Fenster da hinten neben der Seite. Das krieg noch ein paar Runden hin, bitte. Da kann ich noch den Claymore. Reifen, das weg. Runden! Geht weiter. Jetzt kommt der Sniper und ich glaube ich muss da auf der Seite schliessen. Ein Sniper ist noch recht. Nein! Ein Sniper ist noch recht. Wieso hast du M8 mit... Sind alle was mit... Auf einmal sind alle tot. Ja, ist scheiße, man. Das dürfte sich... Kommt nur Granaten. Lass ganz defensiv machen. Nein, das brauchen wir nicht. Wieso? Ja, die sind halt defensiv. Ey, das klappt schon. Die müssen nur auf die nächsten aufpassen. Wenn ihr wisst, was die da kommt, dann geht doch ein paar Sekunden kurz weg. Ich weiß nicht, was braucht ihr bei mir jetzt. Kommt die erste Nation. Könnt ihr überhaupt nicht machen. Das klappt nicht, der Friedhof. Immer noch? Ja. Hatte. Was machst du, Mann? Ich verschenke mich ja unten, ne? Der andere. Der andere ist da auch da. Der hat... Legt die immer so behindert. Der hat's hin hingelegt. Dann wird er wo hinten sein. Nein, nein. Der ist hinten an Sporn bei denen. Ich zähl... Aber auch nur viele sind im Text, Schätze. Das kannst du mal wetten. Wollen wir jetzt hinten an Sporn. Aber da kann er jetzt nur da irgendwo sein. Oder in deine Ecke. Guck mal, rechts in der Ecke. Zu spät, zu spät. Zu spät. Zu spät. Da rechts in der Ecke. Und hinter dir. Da hat der nicht zu lieb. Das war aber ganz klar, dass der da ist. Der ist ja immer, Mann. Da hängt der schon immer da hinten. Der ist immer da hinten drin, Mann. Von Grund. Ja. So, ganz logisch, wenn da die Bommel so brennt ist. Scheiße, Mann, Jungs. Komm. Wollen wir mal ein Stück gegen... Gegendrücken. Los, ich bin auch dabei jetzt. Ich hab schon. Ja, das kann man hier schnell. Ja, du... Stehen die noch alle da hinten am Sporn, Mann. Ich werd nur getötet durch Granaten. Nur durch Granaten. Ich glaube, die stehen noch alle am Sporn hinten rum, Mann. Was da ist? Ich bin eben schon durchgelogen. Da stehen sie noch zum Tritt hinten rum. Ja, ist klar, Mann. Alter. Das ist ganz defensiv, Mann. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, warum? Ich hab die defensiv-Taktik. Ja. Ja, ja. Ja, warum? Ich hab die defensiv-Taktik. Ja. 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 Ich habe die defensiv-Taktik. Ja. 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 Ich stecke gleich. Ich weiß nicht, ob ich den Tod nicht. Ja. Ja. Das klappt ja nicht so, wie wir das wollen. Ich würde sagen, wir machen immer noch so weiter, wie wir folgen. Fühlt das nicht. Wir vergeben wieder Punkte aus. Wir müssen noch ein bisschen toschen. Ja, guck mal. Weil die denken eh, wir sammeln die ganze Zeit da hinten ab. Ich glaube, ich höre doch nicht mehr. Ja genau. Ja, ist klar, dass der mich immer kühlt, Mann. Weil der mich jetzt erwischt. Ja. Ja, Mann. Nein, wir sind zufrieden Ich habe meine Tiefs kaputt gemacht Nice! Jawoll! das war so kann man das machen so kann man das machen nein wo hä wie ging das jetzt ich muss mir mal erklären was ist denn los mit euch was ist denn da was ist denn da so das machen wir besser jetzt ja was ist denn da was ist denn da was ist denn da ja der ist aber jedes mal da hinten drin ja der ist aber jedes mal da hinten drin du hast die zweite Chance gehabt du hast das nicht gemacht ja der ist aber richtig schlecht eigentlich ich weiß das mache ich dir hier den kenne ich der ist überhaupt nicht schlecht der ist schlecht der ist schlecht ich bin auch schlecht ich bin auch schlecht also du mich einmal gepusht das ist besser ja man darf ihn doppelt mit auch schon wieder immer durch das Fenster guck sie das an jetzt ist der Fenster weggeholt in der Mitte jedes Mal die sind noch drin im blauen Haus ne da ist keiner drin doch den hab ich angehielt der ist noch drin ach so du meinst der holt den genau und der holt den was ist das Schluck der hat dann was ist das Schluck dass du auch wenn die Bombe wieder gelegt und zeitlich checkt wieder nicht dass er in drinnen ich hab wieder der Diffen geclaimer geht das klar ey guck gleich in dem Haus oh gefährlich der wird da liegen jetzt legt aber auch dafür verkaufen dann geht der blauen Haus oder geht hinten eigentlich auch er läuft ne Runde das läuft einfach ne Runde ich glaub ich nehme jetzt in jedem Spiel Flaybos in der Mitte ok wo denn die Schöne 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 hm und jetzt musst du auf ne Krämer liegen und dann musst du sterben ja guck mal hat er sich gute Notis von mir und abführt also ja du hast gut aufgepasst das stimmt auch ja Lacken für den Schatz Egal wo ich ihn gehöre, wenn ich ihn gerade noch nie kenne Die waschen, die waschen, die waschen Gehen von Blauen aus Kieschen Wir sind in der Nähe Alle, beide angebildet, Alter, sterben nicht. Wobei A habe ich mit dem Träumen ausgeliefert. Ja, wieso? Warum liegst du neben mir? Ja, macht das schon. BAMO! Alter! Sag doch! Jetzt muss ich nur lecken, ging der letzte ist immer das schwerste. Der letzte ist immer das schwerste. Willkommen. Ich habe noch ein Thema bei ihr. Ja, ja, ich habe sie gesetzt. Ich habe mir ja klick und er läuft rein. Ja, ich kann nicht gehen. Wenn er weg ist, kann ich helfen. Jawoll. Oh, schnell ein Kotze, gute Runde. Ja, voran rechts. Stark ohne. Ich kann nicht machen, ich schieße die Später an und ich da trotzdem hin. Aber wir müssen noch zwei Runden machen, nächsten. Ja, ich mache sieben Punkte, dann könnte man auch noch reißen vielleicht. Bin näher zum Clamer dabei, ne, ne? Hm, ja doch. Ja, ey, dann hände ich ja auch. Ja, dann werde ich hier mit dem Clamer mal hin. Gute Bewegung. Gute Bewegung. Oh, ihr kommt nicht weg. Ja, ihr habt da. Mio Kanner zuhörst. Da fällt sich nehm'ne Bombe, hier liegt und da hat's keine Ahnung. So, Geld. Ja, zwei, alle beide da. Den anderen Euro kann ich jetzt weiterlegen. Ich kann die bisschen laufen, jetzt geht mit. Wenn wir gucken, jetzt bitte nicht oder? Ich muss kurz kurz an den Haken geben. Ich will kurz an den Haken, der ich komme mit, ich kann nicht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ob es sich mehr an die Haken geben. So, jetzt bin ich noch an den Haken. Ich kann keinen Sinn. Dann bin ich noch mal, ob ich mich nicht mehr so sein, Was können wir denn noch, Alter? Oh Gott, Alter. Was ist das für einer? Denkst du, der ist nur Musik oder was? Guck mal, ich denke, dass wir nicht sieben. Denkst du nicht 2B, ey? Denkst du nicht. Denkst du nicht. Wieso? Weil die ist immer kaputt. Ist das okay? Eine Runde machen wir noch, komm. Eine Runde müssen wir noch machen. Kommt der Rest, wir kommen an den Rien. Da kommt ja auch eine wieder. Da kommen sie. Ah, boah. Ah, boah. Da ist schon mal in der Stadt. Ah, klar. Keiner. Vor meinem Haus sind mehrere Leute. Keiner von den Stufen. Fiegt's auf. Passt aus. Bei mir, bei mir. Hinterm Haus. Schön, Koibe. Jawoll. Geht doch, warum nicht gleich nochmal? Ich komm bei mir mit 3 Leuten, Alter. Was war los? Was war los? Ich vermisse es hier drüber, oder was? Irgendwie. Kalli, die Spine, alles kaputt. Lass doch keine Chance. Mach mal jetzt die Runde, oder mach mit dir jetzt nicht? Mach mal die Runde jetzt? Ich gehe mal jetzt gleich, falls die wieder hier durchkommt. Dann los, dann mach mal die. Das war wieder. Dann los, dann los. Nach zum letzten, oder? Ja, doch, 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 doch. Ich komm auf, weil sie kleiden muss, äh, Granaten. Also, ne, bin doch nicht. Denk ich auch stehen mal. Dann los. Was war ein Witz los, Alter? Nee, krass. Da stehen auf einmal auf Boardie und jetzt... Nee, bei mir doch. Ich verstehe. Ja, würde der Stern, ey. Wieso gehen die raus? Die greifen doch an. Nein, nein, nein. Geifen, nein, Ghost ist ja komisch, ey. Ja, das hier, äh, Trickscope geht nicht mehr. Oh Gott, Alter. Ich bin richtig alle sehen. Ja, Mann, das bläckt uns. Ja, das bläckt voll, ey. Bläckt. Oh, da gehen die Bühne auch nicht raus. Einer. Das wird da echt schief, Alter. Einen Dirt. Einen Dirt. Mir gibt es mir schon zwei. Ich steig dich verbinden mit Skitze. Wieder gleich. Mann, was ist los? Wie? 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 Du bist dann wieder gewesen. Wie? Wieso? Wie? 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 Wir brauchen den tien-Pot. Ja. 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 Ich war so froh. High five. Ja, mit dir bin ich auch nicht, ist okay. Kämpfer, ne? Wichtig. Doch. Ich weiß, ich bin ein Händler. Ja. Oh, hier am weißen Fahrrad. Oh. Ein Claymo kaputt hier. Ich dachte, wer mich tötet, du einen. Na, Kali. Oh, einer kann da noch mal. Ne, ich brauche ein Body hier. Einmal im blauen Haus. Ich hab einen in der Mitte. Noch zwei Stück. Ey man, jetzt habe ich noch zwölf Schuss, der am blauen Haus ist einer auf alle Fälle. Ja, wahrscheinlich hier rechts um die Ecke oder so. Ich hab gleich keine Muni mehr. Vielleicht einfach mal reinlaufen. Ne, warte, 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 warte. Ja. Kuhl! Das ist gleich. Das kommt nicht zur Bomber auf sich! Das habe ich schon zu sehen, wie viele ihr beschluckt. Ich habe mich nicht übertrieben, aber bei mir auch... Oh mein Gott, der war okay. Nein. Nochmal dasselbe. War das so okay mit dem Rauch eben, ja? Wir machen nur mal einfach. Wir machen Camper, ne? Ey, die fressen uns. Fressbohren. Das ist gut. Jaaa. 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 Ich hab zwei Dings jetzt. Weil ich schüchtern war. Soll ich nicht alle das Spiel verlassen, wenn ich schneide. Jaaa. Außerdem bereite ich mich mental auf Call of Duty Goals vor. Auf meine Knie rutschen, in die Ecke gucken. Auf die Knie. Jaaa. Ich hab zummeich halt einfach nur zugeguckt, wie der Land ist. Jaa. Ich hab zummeich halt einfach nur zugeguckt, wie der Land ist. Jaa. 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 Sorry, Lärtschen. Jaa. 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 Wie fickelt jemand? Was ist der denn da? Was soll der denn machen? Was soll der denn machen? Wollte ich, aber der. Check ich immer auf. Kommt weiter durch. Jetzt nicht nachlassen. Schaff ich jetzt schnell den Worscher wegzutatschen? Nein, den Worscher fliegt nicht. Der Hand tut. Kommt gerade neben mich. Wer ist da? Kommt direkt. Der ist fast tot. Anerkisse, Anerkisse, Anerkisse. Aaaah! Nein. Das war auch schon wieder die ganze Zeit. Klug zu viel. Weil es sind zwei Stück, ne? Das ist da auch ein Haus. Nur einer. Komm mal hervor, weiter. Sonst, ja, ich komm da rum. Kann der die Worte mit der Munde? Der hat die Bombe nicht. Ach so. In der Mitte ist einer jetzt hinter der Mauer. Sniper bei B. Oh nein. Nein. Bei mir ist passiert's auch nicht auf. Ich stehe in der Mitte, warte bis Granaten rein kommen. Ich schluck, Granate kommt nach außen, nicht in die Mitte rein. Ja. Ja. Da bin ich doch vorhin auch drauf gegangen. Da brauchst gar nicht hingehen. Deshalb ist gleich Totschminkung. Kommt immer ne Nate. Da ist wohl die Tür vom Ding hier? Mh. Nein. Der geht einfach vor. Wieso ist Kugelsichere Weste verboten? Und dann kommt der da, Alter. Was bist du für ne Pussy? Ja. Der Anfänger denkt auch, er ist der Beste, ne? Wir machen jetzt auch was. Wir machen jetzt auch was. Ich hab einfach meine Rauchtage und guck' ihn. Jetzt schmeiß die vorne einfach in. Nicht hinter die, ich schmeiß die einfach in. Alles okay, ja aber ruhig. Die raucht nicht weg jetzt, ne? Bei mir. Ich bin doch hier nicht weg, bitte. Ja, wir machen jetzt schon jetzt. Uhhh. Wir sind in dem blauen Haus. Drauen Haus ist einer. Pflege, ne? Sind alle hinten. Sind alle hinten bei den. Was ist ziemlich schön an? Ich will das verrecken, man. Guck' ich den auch richtig defensiv. Ja, nur weil sie waschen. Das war die nächste Karte, die von mir. War normal wieder, glaubte nicht. Mh Gott, wir probieren jetzt rechts rein zu gehen einfach Gleich Lass mal den weg sein, wenn die Granaten kommen Stark Komm laut der Nase Oh, der einer war schon ein Friedhof Habt ihr den? Ja Ich höre den Granaten ins blaue Haus Da ist einer drinnen, da ist einer drinnen Ja, ja Krass Langsam machen wir Der frete einen von den Papier Hier hat einer gerade um die Ecke gesucht Haben Ja Loll Nein Ey, ey. Das hat auch nicht gehalten. Jungs, komm ich gleich zu uns holen. Ja. Stark, eine Google. Der war rechts. Der war da hinten. Bleibt das Schnellkampier noch. Nein. Das hat jeder gehört. Soll man da mit einem Schuss rumrennen? Boah, Schillen. Oh Gott, ich war nicht gelogen. Ich hab gedacht, ich hab keine Muni mehr, Mann. Bei der eine M8 nur einen Schuss gehabt. Wird, glaub ich, gewechselt. Kann man weiter jetzt? Die schlucken, Alter. Die schlucken. Irgendwie immer so, wenn andere haften. Dann müssen wir mich mal blocken, wenn ich in die M8 trete. Egal, was ich mache. Granate. Boah. Ich weiß, wie ich gehagelt. Oh. Oh. Ja. Ja. Der kann nur Granate schmacken. Aber überhaupt nicht. Oh. Die schlucken. Das ist wütlich. Der ist wütlich. Es ist wütlich. Der ist wütlich. Ich muss gleich die M8. Es ist in der Tat. Ich sollte es consent. der ist hier bei uns recht an autos der ist bei uns recht an autos hier pass auf der ist recht an autos da muss einer sein Alter, der Fortschrumpf. Hab's nur vergessen, Alter. Aber die, die spielen nicht zu zweit, sind die rechts rum, ich weiß nicht. Ey, was ist das, Mann? Ich denke, der trifft... 100% getroffen. Hast du doch gesagt, da ist einer. Ja, der darf ja auch nicht, hab noch angeschaltet. Da sind einer auf 100%, ehrlich. Guck mal, ein Bus hatte getroffen, das andere ging zur Seite und davon war die Helps sogar auch daneben. Dann muss man Abwasch machen. So. Pass auf die Net auf, äh, Memo. Das war's. Das war's. Das war's. Gerne gemacht, ne? Hast du aber gut gemacht. Ich bin schnell nachgekommen. Ich hab's hier in der Mitte schnell geholt, Memo war nicht drinnen. Memo war gar nicht da draußen. Ja, ich schau am Anfang. Nichts. Ja. Genauso ein guter Mann. Ja, nochmalpaper, nochmalpaper. Ja. Was? B clás sería c-coop He? No Was das da das? No der mehr mal Weil bei mir gerade, ich hab da nur gehört, so, surprise, motherfucker. Boah, ich finde das. Wie kommt denn der durch? Wie kommt der da durch? Wie kommt der da durch? Wie kommt der da durch, Kotl? Ja, der ist ja zu mir durchgekommen, der ist ja links durchgekommen. Den links durchgekommen, ja. Hä? Woher muss denn das stattfinden? Freize, das nehme ich jetzt mal nicht ernst, ne? Machen wir auch was, machen wir auch was. Ja, also nee. So, aber was ist anders? Ja, kommt, Alter. Du bist nach der Gründe drauf. Ach, aber... Ich mach nochmal hin. So, rechts, rechts. Jetzt, ich will ihn nicht fern. Das meinte ich, Alter. Das meinte ich, genau das meinte ich. Man, der lässt mir vor mich. So verkleben wir mal die Pumpe, Alter. Lass nochmal machen jetzt. Nee, das klappt nicht, bitte doch, Alter. Was trinkt das denn, wenn das auch nochmal? Was er zum Skill hat. Normal habe ich gesagt, nicht nochmal. Oh, oh mein Gott. Das kann man machen. Die kann man machen. Die kann man machen. Die kann man machen. Die schaffen das doch so wieder nicht, wenn wir jetzt wieder so weiterspielen. Sehr aufmunternde Sorte. Ich habe mich erinnert. Nee. Wir müssen das ja ein bisschen... Nein, ich sag genau. Ich gehe weiter, wir verkacken. Das darf ich spielen. Ja, 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 das darf ich spielen. Ja. Auto geschlossen. Chaos geschlossen. Feuchtend, Feuchtend, Feuchtend. Boah, geht der. Komm, kommt rein! Stück! Der war da so eine Kuppie. Was ist das? Das ist eigentlich da. Der war da so eine Kuppie, die wieder durch die Mitte kommen. Ja, war noch einer. Oben links. Neh, mir steht da. Den Wolfspar einpacken im Mittel. Ey, ich bin von dem Haus nirgends. Egal wo ich bin, ob kommt eine Granate. Granate. Der schießt sich schon los und wollte Tue nicht schießen. Nicht ich. Der schießt mich einfach mal. Der schießt mich einfach mal. Ein Burst, guck. Wenn du weiterer Straße berufst. Guck, guck, ein Burst. Das war wieder so ein Ding. Mach's machen. Wohin? Einfach durch G. D, oder? Ja. D war's. Was? B. Oh Gott. Der nächste war... Oh ne, schön. Du bist jetzt so unnötig, Alter. Und dann... Wieder in oben verloren. Das war ein blauen Haus, oder? Egal. Na egal. Macht nichts. Ich hab's ja geschafft. Stinkwegkasse, Alter. Ich lieg da aber schön. Schon bei dem Typ. Oh, oh. Oh nein. Schon wieder late. Abwasch. Soll ich? Abwasch. Abwasch. Mh. Müssen wir das jetzt machen. Aber müssen wir da durch. Aber diesmal muss... Du kannst... Du musst rein zwei mal. Du musst in den Umstand, der jetzt kommt. Kommt sofort an. Wir schneiden uns runter. Oh, jetzt geht's ab hier. Nein, Mann. Jetzt treffe ich mich immer. Da ist noch drin. Wo, 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 wo? Auto getroffen. Ne. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sag erst mal Schwein. Wenn wir noch einen Punkt tun, dann ist die Dörter mehr entschieden. Oder? Ja, aber gewonnen. Ne, ne. Wir haben wir gewonnen. Aber insgesamt verloren. Wir haben gewonnen. Ja, aber die eine Map haben wir nicht. Normal. Nochmal normal. Was? Nochmal normal? Normal ist normal. Defensiv. Ich werde ihn auch nicht treffen, ich denke. Das ist fertig für den Vorversuch. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das Auto brennt, Jungs. Das Auto brennt. Ich kann mit der da vorne meine Läder fliegen. Jetzt, Gott, sie kommt. Die Pienkrieg ist nach vorne. Das hört halt nicht. Das hört halt nicht. Das stört bei mir nicht. Hey. Hey. Wurde schon wieder von der Ziemi-Granate gekillt. Dann schauen wir mal. Alter Basti, Mann. Ist klar, Alter. Schade. Aber Wasser gestockt hat auch. Ja. Das ist immer so. Aber ganz ehrlich, wir schmeißen von euch Granaten zu uns rüber. Also bei uns hin. Ich stand vorne an der Mauer, wo ich immer stehe und warte, bis die hier rein rennt. Und schon wieder erwischt mich René von uns. Das ist ja nicht normal. Ich glaube, die Studie ja hier René war das. Ja. War ja auch. Ja, aber wie schafft ihr das? Hehehe. Scheiße, da war das. Hoop. Hoop. Ja. 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 Ja, aber nicht. Ja, aber ja. Ja. Ach so. Ja. Ja, ich bin der Mann. Ja, ich bin der Mann, wo ihr seine Eiset hätte. Ja, ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ach so. Ja, ich bin der Mann. Ja, ich bin der Mann. Auf EUR haben wir noch unentscheidend gespielt. Auf EUR haben wir noch unentscheidend gespielt.